In Anbetracht des fehlenden Sängers müssen wir versuchen, wir einmal etwas Außerordentliches zu bieten. Wir haben die erste Bearbeitung des Säbeltanzes von Kaciaturian aus der Sweet Guyane für drei Palalaiki. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020